So Freunde, recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von StarCraft 2, äh, Heart of the Swarm. Ja, weiter geht's, wir hören uns nochmal eben hier ein paar Gespräche, Sun, würde ich sagen. Terran troops are arriving from all over the sector. Broodmother Khaleesa, hear me, have your Leviathans former blockade, kill anything coming into the system. Nothing will stop us, Korhal is mine. I sense a broad frequency emanating from the palace in Augustgrad. Yes, I sense it too. I can hear. Dominion forces, this is your emperor, Arcturus Minsk. Korhal is under attack by the Zergs War. Our special weapons lab has been destroyed. Our defenses stripped. Any fleet that can hear my voice, return to Korhal. The seat of human power is under assault. Come men, defend your home. Trapped like a rat in a cage. Aren't you Arcturus? Arcturus. I have never seen so many Terrans. They are pulling everything back to defend this world. Their orbital defenses will kill millions of us before we even hit the ground. The Terrans have no chance. We are numberless. We are the Swarm. Na gut. Let's go. The Swarm is engaged with Korhal's orbital defenses. We are ready to begin the surface invasion. My Queen. Your Leviathans are in position. Unleash the Swarm. We will lose countless Drop Pods in the opening moments. We send you millions. Even if only a fraction gets through. It will still be more than enough to take out these orbital defenses from the ground. Ja. Schöner Black Screen war das gerade auf jeden Fall. Ah. Brut Katze in der Zerg landen mit der Zeit in einem breiten Gebiet. Stell sich doch ein, ihre Zeitkräfte über ein großes Schlachtfeld zu verteilen. Oh ja. The Biolauncher has broken through the Orbital Defense Network. Zerg! Blast it! Dominion Ground Forces have secured this area. Our Biolaunchers cannot survive without support. I'm going to handle this, personally. Send in all the Drop Pods. They should be centered around this region. Alert me the moment one breaks through. I'll make sure the launcher survives. The first Biolauncher and its escort are entering Core Hall's Atmosphere. Show me where it will land. It will arrive here, my Queen. Blubububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububububub wie sieht es aus mitte haben absolut gar nichts geht zwerglinge scheu sei das heißt wir brauchen wieder mutterlisten müssen wir auf jeden fall brauchen mutterlisten bau und natürlich machst du das ich merke auch gerade wir haben auf jeden fall gar keine arbeit hierbei das ist natürlich nicht so schön das sollten wir ändern die wir dann erschaffen mega sehr klein wie man sieht ich habe es nicht was so warum auch immer die leben naja gut ja wer darf man bitte ok jetzt dahin damit wir hier müssen einfach nur verteidigen natürlich ein bisschen käse wenn wir sie gerade gelesen habe leben sie nicht mehr als zwei geilschleudern verloren was willst du weiter penis es war ein penis ich bin mir sicher okay ja wenn ich aber noch gar keine zeit hatte irgendwas hier zu erfahren mir finde ich halt nicht so nice wenn ich ganz ehrlich bin aber gut ja dann sieht es doch erstmal nicht verkehrt aus kann ich schon mal hüderlisten bauen landet da jetzt auch gleich was oder ist es nur schon mal für das nächste ei 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 okay 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 geht ab für den mark auf jeden fall ich hätte gerne warte mal machen wir es mal so brauchen nämlich auch gleich auf jeden fall und einer kann schon mal sich verpieseln es ist wieder passiert dumme scheiß kack maus ich hasse dich so ich möchte schon mal einen mutalisken genau einen schützling nee doch ja genau doch der fehlt noch ne den bauen wir schon mal ah ok ich sehe gerade da drüben ist ja alles schick hier hinten ok dann können wir mal rüber gehen und dann machen wir hier schon mal sammelpunkt dahin guck mal ich nutze gameplayfunktion im spiel bin stolz auf mich es ist wirklich unglaublich ähm brauchen wir ein paar mehr hydrolisten wenn das spiel ist mir erlauben würde so dann ist die verteidigung verteidigung verteilung da jetzt gar nicht so verkehrt mal haben wir noch mal zerklänge nevermind wie wir haben einen zuviel achso einer arbeitet auch scheiße gerade so ha 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 vielleicht werden wir sicherlich ein paar nochmal umbauen aber gut na toll ja wenn wir da mal hingehen ja aber ich habe ja jetzt eh alles von kerrigan freigeschaltet sind also drei level kann sie noch steigen aber das glaube ich sowieso automatisch passieren da muss man mal gucken das ist doch ganz okay glaube ich äh hüterlisten hüterlisten berglinge so ist das doch hier schon ganz nett so die ballern schon ordentlich hier die können sich mal eingraben damit die ihre dinge auch mal ein bisschen verteidigen können wie heißt damit hier ist nun mal drei hier ist nun mal drei ähm den punkt schon mal dahin äh joa du arbeitest nicht du bastard so ein stück scheiße wo wie hä wo oh natürlich äh kacke jetzt ne ähm das war jetzt natürlich echt dumm von mir sagen wir mal wie es ist ich war noch gar nicht fertig hier aber egal macht gar nichts so so guck mal hier und du auch hier so jetzt kann ich mich verbissen man 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 nicht idiot egal so da hinten ist das ähm hä Moment hab ich nie grad gemacht ich Käsehaufen äh jetzt könnt ihr da hin jetzt könnt ihr da hin so ja natürlich mehr geht ja gar nicht jetzt hier sind von daher was soll ich tun oh hier einmal hochhieren bitte mhm kann man hier kommen kann man ein paar scheiße alle bauen ahhh respingas ist so stressig ja respingas ist echt immer mangelware das braucht man echt viel hab ich das gefühl ob man dann ganzen upgrades und so durchhauen will ne ja weil die würde ich auch gerne noch durchhauen das hier achso warte mal ich muss ja auch noch hier ähm genau so einen Schössling mutieren zu großem Schössling Schwarmstock naja das geht schon na dann bauen wir das mal ja keine Ahnung das ist zu teuer ne auch die ganzen umzuwandeln die Veralisten ist auch irgendwie ein bisschen nervig ja ja blabla wow hab ich jetzt einfach mal getan was so gut war weiß ich nicht was so gut war weiß ich nicht wir brauchen mehr Vespinkas der Welt für den Ultradisten sind natürlich auch noch mega aber die sind halt auch so teuer ne oh hm I don't know I don't know bleiben wir erstmal dabei das liefer bisher alles recht gut hier ja darauf kommt es ja an ne so ja ok hier so ein paar Queens können wir die auch mal bauen ne das kann überhaupt so gut sind ich brauche einfach welche wir brauchen mehr Vespinkas einfach weil ichs kann so oh my queen the next biolauncher is landing in hostile territory the dominion base must be destroyed to secure the landing area Sons of Korhol kommen die schon von rüber eingeschissen ok ok muss ich mich jetzt so ein bisschen um alles kümmern wa eieieieieiei naja gut ähm ja ne die wills schon we require all this Vespinkas warum ist der Bullshit zu teuer man das ist doch kotze alter naja gut mhm bäh scheiße ok wünsche von mehr gross Einheiten ich hab Ultralisten wo hab ich die denn her die geschenkt bekommen so aus ey den auch wegmachen bitte ok fertig dann weiter ich hoffe dass mein meine Brutstätte hier in Ruhe gelassen wird bei dieser witzigen witzigen Mission die ganze Unterstützung ne ist eigentlich voll nett ist eigentlich voll nett complete nächste Landung ahja ich wusste dass das passieren wird ach ich hasse alles ach scheiße ja ok wir haben keine Zeit ich muss erstmal hier kurz aufräumen dauert doch gar nicht lang ja guck mal die die regeln da doch perfekt hier ja alles easy alle so in Rundrolle wir adapt die Retribution wird mine und dann haben die das perfekt geregelt ja doch das ist fein wieso ist hier immer noch aber wo zeigen wahrscheinlich nicht egal äh oh na ihr dürft gerne hinterher ich muss den Punkt eigentlich jetzt nochmal umlegen hier noch umlegen äh geht das so quer über die ganze Map ja cool ok ähm mehr bauen bitte ich brauch schon mal primitiv mal so 2-3 Overlords und dann brauche ich noch ein paar keine Ahnung machen wir es so kann man nochmal Upgrade bauen warum nicht ich kann nochmal eben hier ähm mach jetzt einfach mal so ein Upgrade Ding bauen ähm genau die hier einfach mal machen der war schon da ist ja funny äh yo wie siehts hier aus warum müssen wir die ganze Zeit dieses Ausdruck zeigen das ist voll der Bug naja was wollen wir ach so hier seid immer noch ein Problem ok ah guck mal schon besser die haben gar keine Upgrades ne die nächste Biolauncher macht Landfall prepare for its defense das ist ja das hältst du ruf natürlich die wir sind das ist ja der wir sind natürlich meine Ulti ne darf ich nicht vergessen oh Gott jetzt ne die können nicht auf den Weg dahin leider echt noch mal gut verrecken jetzt ein bisschen doof äh, naja, mal gucken wir kriegen das schon hin wir kriegen das schon gebacken so, hier mal ein paar Höreristen auswählen da können wir mal kurz upgraden hier kann man mal machen auch wenn es jetzt ein bisschen dauert und jetzt genau durch die Leute angeschissen kommen wahrscheinlich vielleicht nicht die Glücksidee, die ich hier hatte ach so, ich dachte, wir sind so komische Pfeile hier ok, auf dem Weg ist nichts, sehr schön ich mag diesen Angriff das ist wirklich so einmal so ein safer Kill so einmal schon bei die fetteste Einheit eingreifen und dann ist alles gut eigentlich oh, Neutralisten wir brauchen mehr Vespin Gas den könnte ich der gleiche anstellen ach so, Ne ach, ich hab den ach, ich hab den gar nicht mutiert, ne stimmt doch, hä ach, dann ist wieder egal ja, 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 ich weiß Bescheid machen wir, äh, allerdings muss ich erstmal fertig werden beziehungsweise ich kann mal gucken dass ich vielleicht mal kurz die Tür nicht drum kümmere bei der Gelegenheit wenn, dann würden die ja genau, eh von oben an die Flüche sind kommen ich hab ihn jetzt schon fast gedacht er hat mal ne Runde Heilungen in die Runde oh oh noch Unterheilungen in die Mitte wo geht denn das hier ganz weiter was ist das denn, Mann oh, die ist komm oh, guck nach den Fetten, die wir jetzt hören dann, Alter was macht der chillt einfach nur oh die sind verloren okay, egal sag ich ja oh oh locken jetzt schön die Gegner zu mir ja, geil so, mach die mach die Dürr auf Dürrn 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 eins von zwei Sätzen, die ich auf Dürrn der andere ist Predagone Steep was heißt, schlafen, es geht's halt das war's spannend, ne sich auch oh oh was das Ding mal im Weg hier die Schabe stirbt gerade einfach Wir haben auch echt mehr als Ruhe Mineralien, muss man auch nochmal sagen, wie es ist. Eigentlich kann man sich... Äh, nee, oder? Die Tür ist hier so um die Ecke, ne? Uh, der Neviathan ist Bock, Alter. Ja, eigentlich ein bisschen unnötig, was ich hier tue. Einfach nur deswegen, weil, naja, ich... Hab die Erfahrungspunkte eigentlich überhaupt nicht nötig. Aber naja. Ich tue irgendwie auch Bock drauf. Ist der Wettan, oder? Ja. Der hat einfach... Ah, der doch... Ich dachte, das wäre so... Keine Ahnung. Das muss gar nicht gehen, oder? Komm, wir gehen. Komm, wir machen die Tür kaputt. Ich merke gerade leider, dass die Zeit nicht knapp wird. Ich muss eigentlich gleich da sein. Da muss ich sein, ne? Ja, warte mal, dann gehen wir erstmal da hin. Oh, das ist schon die... Final? Okay. Ja, ne, dann machen wir doch nochmal die, oder? Ach, ach... Ach, scheiß auf die Tür. Ich brauch die nicht, wie gesagt. Nach der Mission dürfte ich... ...die Bitch auf... ...maxt Level haben, einfach. Ich sehe gerade überhaupt gar nicht, wo ich überhaupt hin muss. Steht auch alles gleichzeitig, ne? Steht gar nicht, was gerade passiert. Äh... ...mach... 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 ...angreif. Mach angreif. Mach dir diese... ...angreife hier. ...mach... 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 ...ver... ...barrikadiert. Oh man. Okay. Ich hab's... ...irgendwie nochmal gerettet, glaub' ich. Aber ja, okay. So... Aber was ist denn jetzt das Problem? So... Ups, ich wollt kein Overlord drown. Es war ein Fehler, egal. oder schössling ist weg merke ich gerade du hast du dich das ist natürlich käse ach hier unten kommt jetzt ja okay das ist ja super dass es jetzt hier in dem ding ist also das ist ja das was glaube ich zerstört wurde wir werden eigentlich fertig jetzt ich merke grad die folge ist schon voll lang egal ich mache es noch fertig ich mache das jetzt noch fertig ich will hier noch fertig werden mit der mission die auch schon kommt dann scheiße auf die türen kurz überlegt ob ich noch mal eine runde starte wir sind doof gelaufen aber das lag halt an ja an mir nicht an mir unbedingt sondern einfach weil naja weil ich einfach scheiße gespielt habe sagen wir es ist doch eben den ladeskühne überstehen und dann haben wir es dann haben wir doch die ganze zeit nur das ausrufezeichnis nur weil da das gute ding da noch ist voll nervig noch drei mutterlisten war das ding kaputter mit sich mehr nervt verrecken bei dem versuch ist mir gerade irgendwie wert was hier passiert wirklich oder auch nicht schade naja was der klinge so war wo sind die die gegner noch 100 metern oder eher so weniger vielleicht weil ich ja hier schon mal war kommen jetzt die gegner gar nicht hierher wahrscheinlich gibt es natürlich mit dafür wenn man null verliert aber ich war doof ich war einfach doof sagen wir wie es ist ich habe auch fett reingeschissen ganz leise wesping gas jetzt rostet hier der damage halt euch mal hier droppe aber noch mal einen schönen libertan moin kann auch noch mal behilflich sein auch wenn überhaupt nichts mehr passiert und wir es jetzt hoffentlich einfach geschafft haben ja ja Ah, was ist mir nicht vorbei? Schönen wir die Basen der Liga. Okay, machen wir das beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oh, scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, wir haben eine fette Unit, also von daher passt das schon. Danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal gibt es dann auch noch Devolutionsmission dazu, also passend. Bis dahin. Tschööö.